Ich mag dich. Du kennst mich doch überhaupt nicht. Meine Familie ist anders. Bist du eine Hexe? Wir bevorzugen den Begriff Caster. An meinem 16. Geburtstag werden meine Kräfte vom Licht oder vom Dunkel berufen. Meinst du, du kannst Lina so gut, so unschuldig erhalten? Ich war auch so, bevor ich berufen wurde. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ich weiß nicht, wer ich sein werde. Ich habe noch 75 Tage, Ethan. Seraphine. Der Fluch hat schon begonnen. Lina wird nicht im Dunkel verfallen, sie ist zu stark. Sie wird mächtiger sein als wir alle. Sie wird uns alle führen. Und wohin? Sterbliche haben die Welt lang genug gelenkt. Lina wird ihr Schicksal besiegeln. Seraphine ist der mächtigste lebende dunkle Caster. Also wird sich das Dunkle so oder so meiner Bemächtigung? Nein, du hast Kontrolle über dein eigenes Wesen. Die Liebe zu diesem Jungen bringt dich in furchtbare Gefahr. Es hat begonnen. Sie ist bereits näher an der dunklen Seite, als ich es war. Ich will, dass du verschwindest. Das Dunkle ist in dir. Versuch nicht, es zu leugnen. Nimm es an, Süße. Bleib bei mir. Wir können über eine neue Welt herrschen. Unsere Welt. Lina!